Musik Das einzige Video, okay, wir müssen heute nicht alle Videos durchbrotzen, dann schauen wir uns morgen bei mir ein bisschen Angefurzt Oh Freunde Und damit Herzlich Willkommen Buss, geht raus Was hast du? L Ich hab XL in meiner Hose Ja Sehr bald, wenn du zuerst zoomen bist, du mein Karin Hä? Was? Kann mir jemand mal einen Duden schenken oder so? Hier Wee Wenn du zu viel GTA gespielt hast Haben Züge keine Bremse? Ich glaub nicht Sehr gut gemacht, Karin, GG, Digger Du bist so ein Tilter Mach dir doch ein T auf die Stirn für Tilter Weil du immer so schön tilted bist in deinem Stream Mach du dir doch ein K auf die Stirn für Kartoffeln, Aze, Digger Das war ein Ding, oder? Ah, Star Wars? Das war Avengers. Pisse. Wieso klicke ich überhaupt auf eure Links, Alter? You've got... Zweimal hintereinander? Hä? Ich weiß nicht, warum, aber er erinnert mich übertrieben in dem Clip an Goofy. Warum sieht er denn aus wie Goofy? Herzlich willkommen zur Führerscheinprüfung. Dann zeigen Sie mal, was Sie so gelernt haben. Ja, komm, Hals, Maul. Schulterblick schon mal sehr gut. Das ist Furza? Das ist Furza, ne? Gut. Hallo, sind Sie erfahren? Vorsicht, da ist ein Baum. Na toll, das hat ja schon mal sehr gut geklappt. Nun fahren wir auf die Autobahn. Hallo, hier ist Tempo 100. Oha! Halt, Stopp. Was macht der da? Lenkradlösch kaputt. Er hat das Lenkradlösch komplett in den Mund. Auto so machen, ich mache so, aber... Oh, Mann. Digga, der Clip ist auch Legende. Ich muss Ihnen leider sagen, dass Sie durchgefallen sind. Nicht bestanden! Ich könnte so austicken, Alter. I gotta open, it's just a ghost. Was? Da kennt ihr das, wenn ihr an der einen Hand eine Fernbedienung habt und an der anderen die Chips ab, ihr beißt in die Fernbedienung. Bro, was? Lecker. Das ist mir auch noch nie passiert, ne? Digga, in eine Fernbedienung beißen? What the fuck? Mensch, ey, jetzt kommt aber langsam ein Nullauflauf durch. Oh nein, ich komme wieder. Au. Achso, du bist direkt hinter mir. How could this happen in me? F an den Aquarium, Mann. Ich habe dir ein Fanart gemacht. Ich hätte das jetzt mit Paint oder so. Bro, das lädt nicht. Es tut mir leid. Die Seite will nicht. Oh mein Gott, dude. Ein verfickter Buchstaben ist getauscht, du Hund. Loser, wer ist? Das ist so bad. Okay, du Loser. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. Just starting to crawl. Gibt es eigentlich noch Twitch Sings? Ne, ne? Das kommt nicht rausgenommen worden. Oh, Achtung. Say something! Say something! Okay. I give in love for you! Okay, ich glaube, ich brauche echt gar keine Angst mehr haben, dass ich hier irgendwie Stress bekomme. Jemals Stress bekomme mit Nachbarn. Wenn bei ihr noch nie Stress mit Nachbarn war, dann... Digga. Also generell, ich bin eigentlich übel der ruhige. Wirklich, ich bin übel der ruhige Mensch eigentlich. Wenn ich überlege, Digga, wie Kevin und so auch manchmal bei sich rum... Also anscheinend ist es hier wirklich auf der Insel kein Problem. Du kannst wirklich laut sein. Dreimal lang. Cool. Hol dir eine Schreibtisch-Hängematte. Gibt es eine Schreibtisch-Hängematte für Füße? Bro, niemals. Ja, okay, Bro. Als ob ich dann genau so hängelt habe. Oh mein Gott, Digga. Ihm fällt heute aus. Hä? Bro, Bro. Hä? Du bist bald! Ich verarsch, Digga! Ja! Ja! Holy shit! Was? Oh mein Gott! Ich hab'n Scheiß-Win. Digga! Herzlichen Glückwunsch zum ersten Fortnite-Sieg. Es war besser als Monte. Oh mein Gott, Digga! Oh mein Gott! Ja, Bruder! Hey, Jums! Reden wir bitte nicht drüber, okay? Okay. Oh, kannst du ein cutes Face machen? Nee, kann ich nicht! Okay! Hätten Sie Interesse an Schokolade? Halt doch deine Fresse! Boah, Bruder, der Typ hat mir auch sein Ding so hart reingesteckt. Klassischer Damenbesuch bei Inscope. Man sieht dich. Die wollte, ich glaub, die wollten einen kleinen Vorgeschmack geben auf später. So einen auf hinter der Kamera. Aber die hat einfach vercheckt, dass man sie sieht. Und das wär' eigentlich auch der Moment, wo ihr sagen könntet, wow. Und macht die Tür zu. Ihr habt aber Glück, falls ihr das zum ersten Mal seht. Weil ich bin relativ gut inzwischen geworden mit Skips. Zum Beispiel kann ich jetzt das hier. Dadurch skippen wir einen großen Part. Ach, nee. Wir brauchen krasse Codewörter, okay? Biene steht für Biene. Jo, Kevin. Ist das ein smarter Donowall? My man. Ich seh, dass er nicht mehr Fullmute ist. Donowall. Ich lass ihn noch zappeln. Mir geht's soweit auch ganz gut, ja. Beut mich, ich hab'n Bock jetzt zu zocken. Echt? Nein. Ich hab' schon Angst. Oh, Digga, das geht ja gar nicht mehr klar. What the fuck? Was? Es geht bei Trimix ab, Digga. Die sind ja noch größer geworden. Naja, ist auch... Bro. Hey, wir müssen was zum Essen bestellen. Ich pack's nicht, Digga. Wait a minute. Moin. Hab' mir vorhin Pancakes bestellt. Och, Digga. Der ist doch... Der ist doch einfach anders. Boah, das ist voll ekelhaft, Digga. Die Schale ist auch... Aus Weiß. Boah, Digga. Bist du generell aggressiver als Mensch? Äh, nee, ich bin kein aggressiver Mensch. Ich bin sehr entspannter, ruhiger Mensch. Das Ding ist halt, ich bin einfach... Insane in diesem Game. Okay. Geiler Arsch. Ey. Was war das für ein Game? Hey, Bigger, haben wir den TV-Tisch gekocht? Ach, nee, Digga. Gibt's doch kein Mini-Unterfinition? Das ist echt egal. Max, bleib. Oh, Tennis. Ja, was ist das für Tennis? Tennis? Was? Hab ich Tennis gesagt? Dann Golf. Das heißt Golf. Ey, Mini-Golf ist übel entspannt. Ich sag euch ehrlich, ne? Mini-Golf macht richtig Spaß. Hallo, everyone. Hallo! Heritage Auctions and our new world headquarters here. 15.000 Dollar. Geschlossen. Heftig. Ja, da kann man mal klatschen, Digga. Digga, 690k für eine VGA, bro. What the f... Digga. Was? Bro, das ist so fucking... Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, ne? Das ist das teuerste Spiel, was jemals verkauft worden ist. Da sitzt einer, der gibt mal... Hier, 690.000 für eine VGA aus. Da muss ich mal geben, wie viel Cash man auf der Bank hat, wenn man mal 690k so... Klar, es ist ein Investment, aber trotzdem so, ne? Lächeln mal in die Kamera. Ich hab mir heute einen Lippen gemacht. Bin ich jetzt viel höher schaden? So ein Daturteil. Ach, King. Ja, komm mit. Ich hab mir heute einen Lippen gemacht.